Hört doch einfach auf mit diesen ständigen Fortsetzungen, mit diesen ganzen Ausgeschlachten von irgendwelchen Franchises, die doch überhaupt nicht mehr das Potenzial haben, überhaupt fortgeführt zu werden. Wir haben zum Teil wirklich perfekte Enden bekommen und jetzt wird das Ganze nochmal weitergesponnen. Das ist so eine Aussage, so reagiere ich normalerweise darauf. Wenn ich irgendeinen schönen Abschluss bekommen habe, dann meint Hollywood aus irgendeinem Grund, komm, wir machen doch noch einen drauf. Als heftigstes Beispiel dazu fällt mir Star Wars selber ein. Wenn wir gerade mal bei Star Wars bleiben, auch hier habe ich so meine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Filmen oder auch Serien, die einfach nur dafür produziert werden, damit Kontinuitätsfehler oder Unklarheiten dann doch irgendwie geklärt werden können. Wie komme ich jetzt genau auf so eine Einleitung? Naja, es scheint nämlich so zu sein, dass die Gruppe von Jurassic World Camp Cretaceous noch gar nicht wirklich das Finale erreicht hat. Und bevor ihr da jetzt genauso reagiert, wie ich in euch vielleicht denkt, ey, was soll das denn jetzt schon wieder? Eigentlich war doch Camp Cretaceous vorbei. Eigentlich hat doch die gesamte Gruppe aus Camp Cretaceous ein wunderschönes und zufriedenstellendes Ende gehabt. Naja, jetzt gibt es auf jeden Fall die ersten Aussagen von einem der Producer der Serie und der geht ein bisschen auf eine Fortsetzung ein. Ihr quatscht mal darüber in diesem Sinne. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wir quatschen einfach mal ganz kurz darüber, was denn jetzt wirklich gesagt wurde, was das für die Zukunft bedeuten könnte und vielleicht noch so ein paar andere kleine Einzelheiten rund um das Thema Jurassic World Camp Cretaceous. Mit Staffel 5 sollte die Serie ursprünglich eigentlich ein Finale finden. Ja, die Serie ist bei den Fans sehr gut angekommen, wo man hier auch ganz fair sagen muss, Staffel 4 und 5, und das geht nicht nur mir so, das ist wirklich laut den Kritiken, laut den Auswertungen der verschiedenen Kritiken, auch der Zuschauer, 4 und 5 waren eben einfach nicht mehr so gut wie Staffel 1, 2 und eben 3. Der Grund hierfür ist ganz einfach der, dass man mit Jurassic Park oder eben auch Jurassic World vielleicht etwas anderes verbindet, als eine Insel im Nirgendwo mit unsichtbaren Gebäuden, auf welcher Roboter, Hunde und ferngesteuerte Dinosaurier ihr Unwesen treiben. War vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir wirklich sagen können, Jurassic World Camp Cretaceous ist definitiv eine gute Serie mit einem definitiv sehr guten und befriedigenden Ende. Und das sage sogar ich als bekennender Jurassic World Kritiker, ich finde die Serie geiler als die Filme. Ähm, Staffel 1 bis 3 sind wirklich unfassbar genial, ey, Staffel 4 und 5, ja, ähm, machen auch noch Spaß aufgrund der unfassbar schönen Entwicklung der Figuren. Das sind wirklich Figuren, um die wir uns sorgen, das sind Figuren, die wir verstehen können, in die wir uns reinversetzen können. Claire und Owen hingegen sind einfach, naja, unbesiegbar. Und ja, es wird jetzt hier zu Spoilern zum Finale von Jurassic World Camp Cretaceous kommen. Ich meine, Staffel 5 kam aber auch schon raus vor zwei Jahren, meine ich. Von daher ist es, glaube ich, okay, hier einfach mal auf das Ende einzugehen. Denn wir sprechen jetzt hier in dem Video auch über Aussagen des Producers von Jurassic World Camp Cretaceous, der sich über eine Fortsetzung ausgesprochen hat. Und nein, das kommt gar nicht mal so aus dem Nichts. Wir hatten in einem anderen Video schon mal darüber gesprochen gehabt, dass Ende 2024, so war zumindest der ursprüngliche Plan vor dem Autorenstreik, eine neue Animationsserie von Jurassic World auf Netflix erscheinen sollte. Hierzu haben wir auch schon erste kleine Storydetails bekommen und es wurde veröffentlicht, dass ein Casting bereits begonnen hat. Das heißt ja, auch die neue Hauptfigur wurde eben erst gecastet, weshalb man natürlich davon ausgegangen ist, okay, wir bekommen eine neue Animationsserie, die aber die Ereignisse von Jurassic World Camp Cretaceous erstmal beiseite lässt. Das Ende von Jurassic World Camp Cretaceous zeigt uns dann aber einen, naja, einen kleinen Zeitsprung. Also die Kids sind inzwischen schon wesentlich älter, alle haben ihr eigenes Leben aufgebaut, sind an verschiedenen Standpunkten und das Ganze ist so einfach unfassbar nahbar. Ich meine, wer kennt das denn nicht, gerade eben in der Schulzeit, wenn man dann mit seinen besten Kollegen zusammenhängt und dann irgendwann verlässt man aber die Schule und jeder geht so seinen eigenen Weg. Irgendwie musste ich daran denken und das klappt alles sehr, sehr gut. Allerdings spielt die Serie zwischen den Ereignissen von Jurassic World 1 und Jurassic World Fallen Kingdom. Ganz zum Schluss der fünften Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous sehen wir, wie Darius aus dem Fenster schaut und plötzlich ein Brachiosaurus, war es gewesen, meine ich, an dem Fenster entlangläuft. Und ja, wir wissen ebenfalls aus offiziellen Stellungnahmen, dass das hier kurz nach dem Moment auf dem Lockwood-Anwesen passiert sein soll. Also die Dinosaurier sind eben aus dem Lockwood-Anwesen ausgebrochen und, naja, laufen dann eben frei in der Natur herum. Ich habe eben gerade am Anfang des Videos kurz dieses, ja, dieses zwanghafte Lückenfüllen angesprochen, was ja Star Wars aktuell auch sehr, sehr, sehr stark macht. Und scheinbar bekommen wir jetzt auch so etwas für die Jurassic World-Reihe oder eher für die Jurassic World-Trilogie. Denn die neue Animationsserie soll dann die Lücken füllen, die zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion aufgekommen ist. Also ja, Jurassic World Camp Cretaceous füllt die Lücken zwischen den ersten beiden Jurassic World-Filmen, während dann eben Jurassic World, wie es auch immer jetzt heißen wird, die neue Animationsserie, dann die Lücke füllt zwischen Fallen Kingdom und eben Jurassic World Dominion. Ebenfalls haben wir erste Story-Details bekommen, die ich euch gerade nochmal so wiedergeben möchte, wie sie eben auch offiziell niedergeschrieben sind. Und zwar wurde geschrieben, die Geschichte zur bisher unbetitelten Jurassic-Serie. Hier wird nicht mal von einer Jurassic World-Serie gesprochen, aber es macht Sinn, dass das Ganze immer noch Jurassic World heißen würde, weil es eben noch Teil der Jurassic World-Trilogie ist. Habe ich euch hier eben gerade erklärt. Sydney, ein junger Teenager, der bei einem Vorfall mit einer Kreatur ihren Arm verliert. Die Story soll eine Brücke zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion schließen. Und wie gesagt, wir hatten darüber schon mal gesprochen gehabt, diese ganze Geschichte, wo ich auch so ein bisschen spekuliert habe, okay, warum ist der Vorfall, in dem diese Sydney den Arm verliert, denn so wichtig? Und ich gehe davon aus, dass man hier nochmal auf die ganze Biotechnologie weiter eingehen möchte und was damit alles möglich ist und eventuell das zu Sydneys Motivation macht, dass sie sich eben auch in diese ganze Geschichte mit einbindet, da sie eben sagt, ja, mit Biotechnologie könnte ich eventuell meinen Arm wiederbekommen. Und ich weiß, es ist alles wieder sehr abseits vom ursprünglichen Jurassic Park, aber ey, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt schon diesen Weg geht, dann erzählt die Geschichte auch einfach wirklich weiter. Und es geht um Biotechnologie, also passt das irgendwie auch schon. Ebenfalls wurde jetzt bekannt gegeben, dass das Animationsteam von Jurassic World Camp Cretaceous maßgeblich an der Produktion der neuen Serie beteiligt sein wird. Also wir können sagen, ja, diese neue Serie wird optisch sehr wahrscheinlich nahezu genauso aussehen wie eben die Jurassic World Camp Cretaceous Serie. Einer der Art Designer ging sogar so weit und hat einfach ganz klar gesagt, ja, die Serie wird eine indirekte Fortsetzung zu Jurassic World Camp Cretaceous werden. Nur man kann die Serie eben nicht mehr Jurassic World Camp Cretaceous nennen, da, naja, das Camp ja eben keine Rolle mehr spielt. Weiterhin ist geschrieben, im Mittelpunkt soll Sydney stehen, die auf alte Bekannte trifft. Ich gehe davon aus, man redet hier nicht von alten Bekannten von Sydney. Ich glaube, man spricht hier wirklich an alte Bekannte, die wir kennen. Und ich will einfach mal behaupten, dass es nicht Owen und Claire sein werden. Das würde irgendwie keinen Sinn machen, wenn man dann doch noch versucht, die Serie und die Filme relativ gut voneinander zu trennen. Das heißt, wenn ihr die Serie schaut, müsst ihr die Filme nicht zwingend gesehen haben. Wenn ihr die Filme nicht schaut, äh, wenn ihr die Filme schaut, müsst ihr die Serie nicht zwingend gesehen haben. Meine Theorie ist, man spricht hier wirklich von den sogenannten Nublar Six, also unseren, ähm, Protagonisten aus der Jurassic World Camp Cretaceous Serie. Aber auch dazu gibt es noch weitere Hinweise. Sydneys Charakter wird die Geschichte hierbei zurück zu einem Thema führen, welches bereits in Jurassic World Dominion aufgegriffen wurde. Ey, ich glaube irgendwie, es geht hier so ein bisschen um diese ganze Maisie-Thematik. Ich glaube, dieses ganze Thema mit Maisie, die ja eigentlich inoffiziell die Heilung für alles ist. Ich meine, ihre Mutter hat sie ja genetisch so verändert, dass sie irgendeine Krankheit nicht bekommen konnte. Ich glaube, wir gehen dahin nochmal zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass der Arm, der verloren ist und dann die Geschichte, vielleicht taucht auch Maisie nochmal auf, keine Ahnung. Aber das wird irgendwie eine Rolle spielen. Was uns aber nochmal einen Hinweis darauf gibt, dass wir hier unseren alten Cast wiederbekommen könnten, ist folgender Satz, den ich hier einfach mal im Originalen wiedergeben möchte. Denn da könnt ihr mich vielleicht korrigieren und sagen, Tobi, vielleicht hast du den Satz auch nicht ganz verstanden. Das könnte auch folgendes bedeuten. Und zwar wurde geschrieben, ähm, auf die Frage hin, denn es gibt ja immer wieder dieses ominöse Bild, was ich auch hier im Thumbnail eingeblendet habe oder benutzt habe, denn Nublar 6 wäre die nächste, wäre die nächste Serie. Daraufhin wurde auch eben der Art Designer drauf angeschrieben, ob das ein möglicher Titel wäre, Jurassic World Nublar 6. Und er hat daraufhin geantwortet, It's not the Nublar 6, the title would just be wrong. Okay, meine Theorie ist, also, nochmal kurz übersetzt, es heißt nicht die Nublar 6, das ist nicht der Titel. Dieser Titel wäre einfach falsch. Warum wäre der Titel einfach falsch? Meine Theorie dahinter ist, dass wir die Geschichte weiterspinnen und deswegen die Figur Sidney einführen. Ja, diese Figur dann eben einen direkten Bezug auf, naja, Jurassic World Dominion haben könnte, eben wegen dem Armverlust und Maisys, äh, Maisys Vergangenheit oder eben Charlotte Lockwoods Vergangenheit mit der Forschung an der Heilung von Krankheiten, das könnte man auch irgendwie dann dazu benutzen, dass Sidney herausfinden möchte, okay, kann ich vielleicht aber auch irgendwie dann meinen Arm wiederbekommen, irgendetwas in der Art. Sidney trifft aber auf alte Bekannte. Nehmen wir einfach mal an, die Nublar 6 kehren zurück. Dann hätten wir hier 6 Personen, plus Sidney, dann wären es 7. So, jetzt haben wir also 7 Hauptfiguren und nehmen uns den Satz vom Art Designer jetzt nochmal ganz kurz vor. It's not the Nublar 6. The title would just be wrong. Natürlich, denn es wären in diesem Fall 7. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt hier ins Schwarze trifft, was ich erzähle. Das ist aber meine Vermutung, ist wirklich, dass er hier damit auf die Zahl 6 eingehen wollte. Man hätte eigentlich einfach mal drunter schreiben müssen, okay, what about Nublar 7? Oder irgendwas in der Art. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir, dass wir hier Sidneys Geschichte verfolgen und sie trifft immer wieder mal auf unsere Hauptfiguren aus der Serie Jurassic World Camp Cretaceous. Ich meine, sagt irgendeinem von euch Digimon noch etwas? Staffel 2 von Digimon, wo dann auch die neuen Mitglieder irgendwann auf die alten getroffen sind und so ähnlich könnte man das hier irgendwie auch aufziehen. Aber zurück zu den Fakten, was wir auf jeden Fall wissen ist, dass der ursprüngliche Plan gewesen ist, Ende 2024 die neue Jurassic World Serie rauszubringen. Die Serie wird zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion spielen. Die neue Hauptfigur, die wirklich zentral im Mittelpunkt ist, wird Sidney sein, die beim Vorfall mit einer Kreatur ihren Arm verliert. Hier ist auch nicht die Rede vom Dinosaurier, einer Kreatur, weshalb man auch hier davon ausgehen kann, entweder bekommen wir noch einen neuen Hybriden zu sehen oder sie bringen wirklich den Indoraptor zurück. Zu der ganzen Theorie mit der Indoraptor kommt wieder, habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Die Theorie gibt es auch schon länger im Netz, als dass der Indoraptor eine Rolle in dieser Serie spielen soll. Jetzt bist du natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du da Bock drauf? Sagst du, ja komm, mach die ganze Nummer doch weiter? Ich muss wirklich sagen, ich habe hier nicht so Schwierigkeiten damit, wie jetzt zum Beispiel bei einem Star Wars oder Ähnlichem, weil ich fand, dass die bisherige Serie Jurassic World, Camp Cretaceous, einige Sachen gebracht hatte, die die ganzen Lücken schön gefüllt haben. Stichwort Scorpius Rex zum Beispiel. Wenn du weißt, was der Scorpius Rex wirklich ist, hast du ein bestimmtes Hintergrundwissen, was einfach, naja, Spaß macht zu wissen, aber es ist eben nicht relevant für die Filme. Und das finde ich super, wenn man das Ganze so weiter fortsetzen würde. Wenn man also jetzt hier nochmal die Thematik aufgreifen sollte, wozu die Biotechnologie noch alles möglich ist, würde ich es dann noch ganz cool finden, gerade eben auch in Sachen Forschung für Heilung, für Unfälle und Ähnliches. Das könnte noch sehr interessant werden. In diesem Sinne, lass mir deine Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren da. Ich bin raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.